Heute nehmen wir euch mit und zeigen euch einen Arbeitstag als Industriekaufmann und Kauffrau bei der Firma NOCH. In der Ausbildung bei der Firma NOCH durchläuft man verschiedene Abteilungen unter anderem Verkauf, Buchhaltung, Einkauf, Reklamation, Versand und Marketing. Im Verkauf beginnt der Arbeitstag mit dem Verwalten der Post. Hierzu gehört der Postgang, das Verteilen der Briefe in die jeweiligen Abteilungen, auch das Versenden und Frankieren der Briefe gehört dazu. Auch das beantwortende Anfragen in unserem E-Mail-Postfach und der direkte Kundenkontakt per Telefon gehört zu unseren Aufgaben. Das Schreiben von E-Mails ist in der letzten Zeit immer wichtiger geworden und gehört daher zu unseren alltäglichen Kommunikationsmitteln. Durch den Kundenaustausch per E-Mail und Telefon bekommen wir Aufträge, die in unser Warenwirtschaftssystem eingetragen werden. Außerdem werden im Verkauf Angebote geschrieben, die an unsere Kunden weitergeben werden. Die Buchhaltung kontrolliert, dass alle offenen Forderungen unserer Kunden zeitnah beglichen werden. Zu den alltäglichen Aufgaben in der Buchhaltung gehören das Bearbeiten der Kontoauszüge und das Eintragen in unser Warenwirtschaftssystem. Auch bei uns kommt es vor, dass unsere Waren durch Transportschäden kaputt beim Kunden ankommen. Um diese Retouren kümmert sich die Reklamationsabteilung, die man als Azubi bei uns auch durchläuft. Die Reklamation umfasst das Auspacken und Prüfen der Ware und das Organisieren der Ersatzlieferungen. Durch regelmäßige Azubi-Meetings kommen wir alle enger in Kontakt. Bei den Meetings werden aktuelle Themen, welche Azubis aus allen Bereichen betreffen, besprochen. Durch unsere Kollegen werden wir auf mögliche Azubi-Projekte aufmerksam gemacht, die wir alle zusammen umsetzen. Beispiele hierfür sind Azubi-Zeitschriften, die Mitarbeiterwand oder dieses Video. Unter NOCH.de findet ihr alle relevanten Informationen zu unseren Ausbildungsberufen bei NOCH.